Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Peter Lewis und begrüße euch zu meinem Video. Wie bereits angekündigt werden wir uns heute mit den Produkten der Marke Gamegenic beschäftigen. Sachen habe ich ja wie bereits schon erwähnt bei den Digimon Turnieren auf dem deutschen Discord-Server im Januar gewonnen, habe diese jetzt bekommen und möchte diese gerne vorstellen, reviewen, wie auch immer man das nennen möchte. Das vorhergegangene Video packe ich euch hier oben rechts sind, könnt ihr euch gerne angucken. Und wir gucken uns heute an, einmal die Prime Sleeves, die ich bekommen habe, einmal eine kleine Deckbox, die ich da auch bekommen habe und einen, nicht ganz so kleinen, aber, wie mache ich das denn hier am besten? Machen wir so, einen Ordner. Was an dem besonders ist, werden wir gleich sehen und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit den Höhlen an. So, hier haben wir die Höhlen und ich würde sagen, damit wir uns das Ganze mal angucken können. Halt ich das hier unten mal so in die Kamera. Genau, man sieht halt da unten einmal, das ist halt designed and engineered in Germany, made in China. Ist halt auf jeden Fall ein Pluspunkt, dass es halt hier aus Deutschland kommt, sogar aus Essen, wenn ich mich nicht irre. Und es gehört halt, das Ganze gehört zu Asmodin Group, was ich jetzt, naja, kann man gemischte Gefühle darüber haben. So, und die Firma ist halt recht bekannt. Hat in Deutschland zumindest hier in meiner Umgebung, ich sag mal keinen guten Ruf. Wird sich zeigen, es hat aber nichts mit dem Zubehör zu tun, sondern eigentlich eher mit den Kartenspielen oder der Versorgung mit den Kartenspielen selber. So, aber wir wollen nicht die Firma bewerten, sondern wir wollen das Produkt bewerten und das hier sind halt Höhlen. Nennen sich Prime Sleeves, die Größe ist halt Standardgröße, sprich Dragon Ball, Magic, Pokémon, Digimon und in einer Packung hier sind 100 Sleeves drin. Drehen wir das Ganze mal um. So, was steht denn hier? Diese Prime Sleeves bieten hochwertigen Schutz für Karten in Standardgröße und schützen sie vor verbogenen Ecken, Kratzern und Schaden durch häufiges Mischen. Besonders hohe Opazität. Ja, das ist ein Wort, was ich ehrlich gesagt vorher noch nie gehört habe. In der Rückseite selbst bei helleren Farben. Besonders klare Transparenz für eine authentische grafische Qualität. Perfekte Größe und passbar, um Karten doppelt zu slieben, langlebige Kartenhülle, leichtes Mischen, Säurefreiheit, kein PVC. So, klingt ja alles erstmal soweit ganz gut. Äh, nicht wundern, die hier ist noch original verpackt, ich habe zwei Packungen von denen bekommen und natürlich dementsprechend nur eine benutzt. Und ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze mal an, denn über die letzten Wochen waren verschiedene Turniere, ein bisschen in der Freizeit gespielt und da habe ich die Hülle halt getestet. So, hier habe ich einmal eine Karte, die ich in dieser Hülle hatte und eigentlich gibt es nicht viel Negatives zu sagen. Ich halte euch das mal hier rein, man sieht wirklich, komm, Fokus, Fokus. So, man sieht halt hier wirklich an den Ecken, wenn der Fokus drauf ist, dass da halt wirklich kaum Schaden entstanden ist. Was halt sehr, sehr cool ist, da das häufige Mischen halt wirklich schon mal hier unten so ein Macken hinterlässt, die das Ganze dann, ja, ich sag mal, auch wieder, auch wenn es eine Hülle ist und man damit verhindern soll, dass man Karten erkennen, dass man damit halt die Karte erkennt. Komm, Fokus. Ach, komm schon. So, ich hoffe, ihr habt es zwischendurch gesehen. Hier unten zeichnet sich halt auch nichts, aber sehr, sehr cooles. Von hinten sieht man wirklich nicht durch die Hülle durch, weil die Rückseite der Karte sollte halt verhindert werden, ist klar. Und auch ansonsten kann man nichts sagen. Klar, am Anfang sind die rutschig wie alle Hüllen, die man quasi neu hat, lassen sich aber sehr gut mischen. Man hat gleichzeitig einen guten Grip und gleichzeitig sind sie sehr, sehr leicht, sind nicht rau auf der Hinterseite, das heißt, die kleben auch nicht aneinander. Alles in allem würde ich sagen, auf jeden Fall ein sehr solides Produkt. Es gibt nur einen Nachteil, wie ich persönlich finde, und zwar, wenn wir uns das Ganze mal angucken, die sind ja extra für Double Sleeving gemacht. Und ich glaube, das wurde hier auch ein bisschen vorausgesetzt, denn man sieht, hier an der Seite haben wir einen gewissen Rand. Hier unten haben wir einen gewissen Rand, das heißt, hier können wir halt, wie soll man sagen, haben wir einen gewissen Freiraum, der die Karte sozusagen schützt. Allerdings ist der hier oben sehr, sehr niedrig, weswegen ich diese Hüllen nicht nutzen würde, ohne meine Karten Double Sleeving. Klingt zwar banal, aber hier, dass da Schmutz an die Karte kommt, ist natürlich dadurch noch wahrscheinlicher und es passiert halt auch mal, dass ich beim Mischen kann es halt passieren, dass die Karten aus Versehen mit hier reingehen. Und ich habe halt das Gefühl, dass die Karte dann beschädigt werden kann, weil halt nicht genug Spielraum ist. Um das Ganze mal zu vergleichen, habe ich hier noch eine Dragonsheet-Hülle daneben und wir sehen halt, an den Seiten und unten ist auch ungefähr der gleiche Platz, der die Karte halt schützen soll, aber wir haben hier oben halt deutlich mehr Spielraum, nenne ich es mal. So, wenn wir das Ganze auch mal übereinander legen, wahrscheinlich eher besser so, sieht man das halt auch sehr, sehr gut, dass die Dragonsheet-Hülle oben ein bisschen größer ist. Es ist nicht viel, aber ich finde, es macht für mich persönlich halt beim Spielen einen gewissen Unterschied. Und ich fühle mich halt sicherer, wenn hier oben noch ein bisschen mehr Platz ist. Es klingt halt banal, aber es ist halt einfach ein Gefühl, was ich selber habe. Eine Sache, die man noch dazu sagen kann, Dragonsheet ist halt ein bisschen größer, dementsprechend fühlt sich das Ganze weicher an, ein bisschen, wie soll man es sagen, wabbeliger? Wabbeliger. Ein bisschen wabbeliger, dass man die Karte halt so ein bisschen biegen kann. Hier dadurch, dass das Ganze halt wirklich sehr eng ist, habe ich das Gefühl halt nicht. Das Ganze fühlt sich halt deutlich stabiler an, was gerade beim Mischen halt sehr angenehm ist, dass die Karten sozusagen, naja, steif bleiben dabei. So, alles im einen, würde ich auf jeden Fall sagen, ist das ein sehr solides Produkt. Preislich nehmen die sich halt wirklich nicht viel. 100 Stück kosten so um die 12 bis 15 Euro, je nachdem, welches Produkt man von denen haben möchte. Das Einzige, was ich halt persönlich vermisse, sind halt Bilder hinten drauf. So, wie man sieht, habe ich auch nicht bei allen Dragonsheet-Hüllen, aber das finde ich halt ein bisschen schade. Ich benutze halt meistens, wie schon gesagt, die Art-Sleeves und das hat mir so ein bisschen gefehlt. Ich habe jetzt auch noch nicht gesehen, ob die viele verschiedene Produkte mit Bilder oder sonstigen Motiven hinten drauf haben, aber ansonsten kann ich diese Höhen auf jeden Fall sehr empfehlen. Kann man nichts gegen sagen. Preis-Leistung ist auf jeden Fall in Ordnung. Schauen wir uns als nächstes die kleine Deckbox an. Ich weiß jetzt nicht, wie man das anders sagen soll, von außen macht sie halt nicht viel her. Ist auch in dem Sinne nichts Besonderes. Sie ist halt aus Plastik. Das ist eine ganz normale Plastik-Deckbox. Man kann, wenn man viele verschiedene Decks hat, damit auf jeden Fall sein Deck zusammenhalten, kann damit seine Karten transportieren, ohne dass diese zerknicken oder sonst wie beschädigt werden. Naja, aber es ist halt doch einfach nur dünnes Plastik, muss man halt ehrlich sagen. Hier unten sieht man halt nochmal die einzelnen wichtigen Daten der Firma. Hier oben können wir unseren Namen draufschreiben. Und wir bekommen dazu halt noch so einen kleinen Trenner mit dazu. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erst mal mit dem preislichen Niveau an oder mit dem Preis der Deckbox selber. Um die 7 bis 8 Euro kostet die ungefähr. Ist also in dem Bereich, wo die halt auch andere, ich sag mal so Plastik-Deckboxen halt haben. So, jetzt ist natürlich die Frage, was macht diese Deckbox denn dann so besonders? Weil, wenn die anderen genauso viel kosten, bei den anderen kriege ich meistens noch irgendwelche lustigen Motive mit drauf. Warum sollte ich also die nehmen? Nun, einmal haben wir halt die Größe. Es klingt zwar banal, aber die anderen Hüllen, die es sonst in dieser Größe, diesem Format gibt, sind halt für ganz normale Standard-Decks gebaut. Standardgröße so 60 Karten maximal. So, hier sieht man es auch. 80 plus, das heißt, hier passen 80 Karten rein. Aber, warum das plus dahinter? Gut, das ist nicht so eine sonderlich festgeschriebene Regel, aber 80 plus, weil es geht hier, diese Deckbox hält, 80 Double-Sleeved-Karten. Wir haben schon in dem anderen Video darüber gesprochen, Double-Sleeving, verlinke ich euch hier oben rechts, dass, wenn wir Karten Double-Sleeven, das Volumen um ungefähr 30% mehr wird. Das heißt, wenn ich 80 einfach-gesleeved-Karten rein tue, beziehungsweise ich kriege mehr als 80 einfach-gesleeved-Karten dort hinein. Das ist halt schon mal ein gewaltiger Vorurteil. Das Zweite ist, wir haben diesen kleinen Trenner dabei. Die Trenner, bei denen finde ich sehr, sehr cool, da die hier oben und an der Seite nochmal so, ach komm schon, wir machen ein bisschen Fokus drauf, so kleine Linienabtrenner haben. Manchmal hasst mich die Technik einfach. Versuchen wir es nochmal. Okay, ich glaube, ihr habt das schon heute einfach gesehen. Auf jeden Fall sind das hier so kleine, ja komm schon, Linien, wo man die Sachen halt biegen kann, dass man die halt einfacher raus- und reinnehmen kann. So zum Beispiel hier oben kann ich das halt so umbiegen, könnte ich dann beispielsweise hier rein schieben oder auch nicht, habe dann ein Side-Deck, kann das Ganze so direkt drin erhalten und kann es dann halt rauswenden. Das ist ein kleiner Vorteil, ist nichts großartig Besonderes, aber ist halt ein nettes Gimmick, was halt mit dabei ist. So, was ich persönlich aber wichtiger finde, wenn ihr schon mal so eine Plastik-Deckbox hattet, werdet ihr wissen, ihr habt euch meistens eine neue kaufen müssen, oder in den meisten Fällen, nicht, weil sie kaputt, in dem Sinne kaputt war wegen Beschädigung, sondern einfach, weil sie nicht mehr zusammengehalten hat. Die meisten Deckboxen, die so gebaut sind oder aus diesem Material sind, werden halt geklebt, das heißt, irgendwann passiert es halt, ich mache das Ding auf, hier oben löst sich was raus, ich kann es nicht mehr benutzen, hier unten löst sich was auf die Wand, geht ab, irgendetwas. Und ich muss mir dann halt eine neue holen. Tut dem Geldbeutel vielleicht nicht so weh mit den 5 Euro, aber für die Umwelt ist es halt wirklich nicht schön. Und deswegen kommt hier halt eine interessante Sache ins Spiel. Man sieht das nicht richtig, aber hier drinnen, diese Box ist halt nicht geklebt, sondern sie sind halt geschweißt, das hier alles sind kleine Schweißpunkte. Ein bisschen könnte das sehen, klar, darauf machst du Fokus, ne? So, ist halt geschweißt nicht geklebt, das heißt, die heilt einiges mehr aus, ist dadurch stabiler. Der Deckel ist auch nochmal besonders konzipiert, indem hier hinten so, ich nenne es mal, Biegefalten drin sind. Das heißt, der geht auch da nicht kaputt. Dementsprechend ist es auf jeden Fall eine solide Deckbox, gerade wenn man halt anfängt, finde ich die halt sehr, sehr gut für den Preis. Die hier wird auf jeden Fall ein bisschen länger halten, als die üblichen Verdächtigen aus diesem Material und in der Preiskategorie. Wie gesagt, kann man auf jeden Fall kaufen, um zu Hause seine Karten zu sortieren, seine Decks geriffbereit zu haben. Für wirklich große Transporter auf große Events würde ich die nicht nutzen. Aber was halt bei den Dingern ein Vorteil ist, es gibt halt sozusagen große Deckboxen, wo ich davon mehrere kleinere reintun kann. Dafür lohnt es sich auf jeden Fall, dass die Karten einfach zusammen sind. Ist ein bisschen langlebiger. Auf jeden Fall von mir. Ich würde sagen, eine Kaufempfehlung, wenn man das so sagen kann. Gucken wir uns als nächstes den Ordner an. So, dann haben wir wenigstens das Logo mit im Bild. Dieser Ordner ist die Casual-Version. Es gibt noch eine, ich glaube, Pro-Version, gibt es, heißt die. Die ist halt aus ein bisschen hochwertigeren, stabilerem Material. Hat halt so eine Art, wie soll man das sagen, so eine Art Stoff halt hier oben drauf, womit sich das Ganze halt ein bisschen besser anfühlt. Das ist wirklich nur Hartplastik. Aber ansonsten kann man halt nicht meckern. Ist halt ein ganz normaler Ordner. Kostet so um die 20 Euro eigentlich. Sind 20 Seiten drin, die wir halt von beiden Seiten benutzen können. Das heißt, sozusagen sind 40 Seiten drin. Und das Besondere an der Sache ist halt, machen den mal auf, hauen wieder vor den Ständer, wie sich das gehört. Na ja, ich habe das Tonproblem in den Griff bekommen. Dementsprechend muss ich nur das Problem mit dem Ständer halt in den Griff kriegen. Und zwar, ich mache es mal lieber hier vorne, haben wir, wir haben zwar nur wieder drei rein, allerdings vier nebeneinander. Was halt echt super ist für Playsets. Auf der einen Seite ist es etwas komisch, die sind auch noch zu transportieren und auch zu blättern. Man sieht es halt, irgendwie knickt es halt. Aber es ist halt, ja, es macht halt optisch was her. Ich zum Beispiel benutze es halt nicht in dem Sinne, in dem ich halt wirklich Playsets mache, sondern immer zwei Karten hintereinander. Die sind jeweils einfach gesleeved, passt halt alles. Und ich finde, optisch macht das Ganze halt schon was her. Ist halt auch sehr schön, wie gesagt, dadurch, dass wir halt, wir haben vier, das heißt, wir können ein Playset quasi in die Horizontale machen, können aber auch gleichzeitig, wenn wir ein Spiel spielen, was nur ein Playset aus drei beinhaltet, können wir das in die Vertikale machen. Und dementsprechend eignet sich das halt für viele verschiedene Spiele. Wie gesagt, ich mag den Ordner halt, ich finde es echt super. Ist halt schön, auch, ich nenne es mal, anzusehen. Klar, Stabilität kriegen die Seiten dadurch, dass ich halt vorne und hinten Karten drin habe, ansonsten sind die halt auch wieder ein bisschen wabbelig. Aber, ich persönlich mag diesen Ordner, er kostet wirklich nicht viel mehr als ein normaler Ordner, wo wir halt nur drei Reihen haben. Er ist ein bisschen komisch zu transportieren, sage ich mal. Muss mal gucken, ob die noch mit in den Rucksack hineinpassen, diese Ordner. Aber ich würde mir, oder werde mir in Zukunft auch wieder solche Ordner, wie man jetzt sieht. Ich finde, das sieht halt unglaublich schön aus, wenn diese vier Karten einfach nur nebeneinander sind. Klar, mit diesen Zweierkarten geht das auch, aber es ist halt was Besonderes. Noch eine Sache, die man dazu sagen kann, es wird ja darauf achtet, dass die Sachen halt aneinander passen. Das heißt, wir haben einmal einen weißen Ordner, dementsprechend haben wir ein weißes Band und auch weiße Seiten. Ja, ich weiß nicht, der andere Ordner, den ich noch habe, der ist halt zum Beispiel außen grün in schwarz. Ich finde, das macht jetzt nicht so den großen Unterschied. Aber, ja, ich kann über das Ding auf jeden Fall nichts Negatives sagen. Preis-Leistung auf jeden Fall ist sie gerechtfertigt. Werde ich in Zukunft wiederholen. Das Einzige, was mich persönlich ein bisschen stört, es sind halt Side-Loader-Taschen. Aber es ist halt immer einmal links, einmal rechts, einmal links, einmal rechts. Ich wäre halt ein Fan davon, wenn die Taschen alle sozusagen auf der rechten Seite sind, da man dann so leichter rein kann oder ran kann. Klar, dass die hier eher nach links geht, ist logisch, damit die Karten nicht an der Seite rausfallen. Aber das ist wieder nur eine persönliche Sache von mir. So, ich würde sagen, wir kommen dann mal zum Fazit des Ganzen. Ich tue nochmal alle Produkte so ein bisschen ins Bild. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin von dieser Firma positiv überrascht von dieser Marke und werde mir in Zukunft auf jeden Fall Produkte von denen kaufen, damit ich diese paar Sachen einfach überzeugt habe. Das Einzige, wo ich wahrscheinlich nicht darauf umsteigen werde, sind Hüllen. Dazu ist es einfach nur eine persönliche Meinung von mir. Aber auch die Fakten sprechen auf jeden Fall für die Hüllen. Sie sind stabil, sie halten einiges aus, bieten Schutz, gehen nicht so leicht kaputt und sind halt preis-leistungsmäßig auch super. Ich werde mal gucken, was ich jetzt nächstes von der Firma ergattern kann. Die haben auf jeden Fall verschiedene lustige Deckboxen auf ihrer Seite, die ich mir angucken werde. Spielmatten, Zubehör zu anderen Spielen, wie zum Beispiel Siedler von Katan oder halt auch Würfeltauer und solche Sachen und solche Sachen also eigentlich für viele verschiedene Sachen. Und ich würde sagen, damit machen wir hier einen Cut und schauen uns das nächste Mal noch andere Produkte an, weitere Produkte, mehr Produkte, wie auch immer. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, ob ihr Erfahrungen mit den Sachen habt oder was ihr euch als nächstes wünscht. Lasst es mich gerne wissen. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Ciao, ciao!